Ja, ich bin der Jan Fiedler, ich bin 21 Jahre alt, komme aus Schwerte und mache seit dem 01.08.2018 meine Ausbildung als Vermessungstechniker beim Märkischen Kreis und ich werde euch heute erzählen, was ich mit dem Beruf überhaupt so mache. Während der Ausbildung fahren wir sehr viel in den Außendienst, dort vermessen wir Grundstücke und Bauwerke, dort sammeln wir Daten, mit diesen Daten gehen wir dann in den Innendienst, prüfen alles und übernehmen es in die amtliche Karte. Dort werden dann die Messdaten visualisiert, dass Bauherren sehen können, wenn sie was gebaut haben, ob das so richtig ist, wie es geplant ist und von ihnen gewollt ist. Mir gefällt am Kreis sehr der Glärzeitrahmen, dass wenn man morgens mal nicht aus dem Bett kommt oder nach dem Feierabend einen Termin hat, dass man da in dem Rahmen flexibel ist. Zudem die Zusammenarbeit mit den Ausbildern und den anderen Azubis ist auch sehr gut. Mit den Azubis wird die Zusammenarbeit sehr durch die Nördeneifahrt, am Anfang der Ausbildung gefördert, da man sich dort sehr viel besser kennenlernt als hier im Kreishaus.